Ich bin darüber hinaus jetzt erinnert worden durch die ganzen Beiträge der Kollegen von der Regierungsfraktion an das Gute-Nacht-Lied, was ich meiner Tochter jetzt in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist wunderbar und gut. Das ist ein anderes Land offensichtlich.